na auf präzision mit l.a. burg und he schaden hoch mit dem franzosen war das glaube ich dann müssen wir mal gucken rein ins cap rein wir fahren hier in dieser und diese schlüpfe 2t 61 die 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 also und das geile ist ja jetzt schon wieder dass wir die division haben und die anderen alle nicht aber das ist aber ein schön unter muss ich sagen aber und die 61 die t61 sind halt nur das problem oder wollen wir wollen wir die jetzt mal jagen ne kommen wir fahren ins cap wir machen es wie eben das genau weil wenn wir jetzt ins cap fahren und die jagen sich schon mal dann nehmen die schon mal untereinander sich vielleicht 12 schiffe raus umso weniger haben wir dann am ende noch die mal weg machen müssen na das ist auch schon nicht genau dann sind sie gehen sie nämlich schon mal geschwächt in unserem fight und wenn wir wirklich einmal an einem festhalten und zwar immer auf dem selben schießen dann haben die keine chance gegen drei monagans oder beziehungsweise ja drei naja die hat noch mal ein bisschen mehr ganz die hat eine kanone mehr noch mal aber ihr habt dafür ein bisschen bessere tops ist bloß wirklich wichtig dass keiner tobt das ist wichtig achtung ich bin aufgeklärt geschütze nach rechts geschütze nach rechts so leicht auf zwei uhr auf zwei uhr geschützt auf zwei uhr in vortrichtung damerik aus jetzt geht er gleich komplett auf tour ich habe schon gut gefressen zu arbeiten können wir jetzt ja gerade da wo genau und dann vorher frei herum und dann die weg machen achtung tops kommt aber weg gut die verrecken achtung da wird da wird hier in den nebel toben und passt mit euren tors aus dass ich euch nicht gegenseit lasst ihr erst mal sich gegeneinander die sehen uns nicht mehr ein bisschen wird er raus nach hinten raus wo ich jetzt bin rückwärts raus also der nächste gegner jawohl ich habe den ding sagt gekillt da hinten im nebel hier die nächsten rechts sind oder ende jetzt kommen wir pro pushen jetzt vor und dann rechts die haben noch mehr in den dings oder nicht im cap vor mir vorwärts jetzt und jetzt jetzt hier rechts rum die sind ja direkt immer jetzt mal alle drauf halten jetzt ist von vorne der nächste nicht mehr rechts warten 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 ich bin schon da gut die haben sich wieder raus können perfekt jetzt wieder hinten rechts jetzt rum vor und rechts gleich hinter der ecke sie stehen achtung tops von vorne ah nein 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 kriegt er dich ach man fack so los und jetzt das manöver vor jetzt sind sie schon fast hinterm berg ja ich bin aufgeklärt war da knapp die komfort neff nie drauf jawohl 2000 kommen leute kommen kommen die kriegt man und denkt die zu alter weise wird die ist weg achtung tops achtung von vorne jetzt der nächste gegner geradeaus im nebel auf zwölf uhr rückwärts rückwärts rausfahren rückwärts rausfahren nach hinten rechts hinter dem berg am besten achtung ich bin auf dass die boogie drauf gut da war die achtung die das noch irgendwas so passt auf jetzt ich fahr jetzt werden ja die meiste energie ich habe 1700 du bleibst drin du musst vor cool bad boy du musst ein stückchen raus gucken aus dem nebel aber ich mache das jetzt macht das jetzt macht euch geschütze bereit alle schießt bei euch jetzt kurz raus deckt ihr auf wenn sie aufgehen warte ich bin gleich raus aus dem nebel achtung da achtung let's go und rückwärts darf die boogie die städte warte ich fahrt der texte wird er auf achtung geht weiter da ist er wird er denkt aber dass die getobt haben könnte so die haben wir im sack okay wir sind der einzigste im cap jetzt haben wir noch die t61 ne boogie in igarus jetzt mir viertel zur fahrt voraus mir hinterher viertel zur fahrt man eben auch mal halbe fahrt und die sind da hinten im nebel ihr seht ja den nebel auf zwei uhr da drin jetzt ist umgesprungen jetzt ist auf jetzt wieder zwei uhr jetzt wieder halb drei ziehen die richtung rechts jetzt eher schon 15 uhr achtung topst hier rechts hinter berg jetzt hinter dem fetten berg da wird jetzt hier vorkommen gleich vor unseren augen geht gleich was auf ist jetzt im cap ist kurz unmittelbar vorm aufgehen jetzt ich frage ich taste mich ein stückchen ran seid ihr bereit ja da ist auch eine seite weg wird das weg kommen schon gehe auf oder wurde ich stecke den gleich auf achtung die top seid ihr bereit steckt denn jetzt auf jetzt musst du aufgehen das kann ich mal so links der von rechts doch zu rechts müsste jede sekunde aufgeben breit machen wird abgehauen sollen sie gerade also so der andere ist jetzt hier links von links achtung von links von links aber jetzt hat er erwischt schade und gerade dich du hast noch mal am meisten voll was ist das jetzt noch das eine fabuki ja wohl kommen hinter als dann schon worte 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 ich komme ich glaube da ist er 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 voll kommt versuchte wir jetzt noch 237 mitzugeben ich bin da warte dann ja natürlich doch ein das ich 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 mich ich ich kommen aber das ganze kraker ich bin halt auch schnell zum arsch jetzt habe ich eine finde gelegt jetzt habe ich den nebel da gezogen ich hoffe der denkt ja hat da reingetobt ich hoffe jetzt dass er denkt ich bin da stehen geblieben jetzt versuche ich ihn hier abzufangen getobt habe also und das war's tschüss und tschüss ja kraker also damit den dds wie soll ich sage es euch dreimal mona kann oder wie oma und das geilste ist halt nur 12.000 und das geilste seit 4000 ich glaube du das ding